Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren arbeitsrechtlichen Video. Heute geht es um die außerordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses, die in § 626 BGB geregelt ist. Ich empfehle, dass Sie sich vorher beide Videos zur ordentlichen Kündigung anschauen. Vieles läuft bei der außerordentlichen Kündigung parallel und wird hier nicht noch einmal ausführlich erklärt. Für eine außerordentliche Kündigung müssen drei Voraussetzungen erfüllt sein. Erstens ordnungsgemäße Kündigungserklärung, zweitens rechtzeitige Klageerhebung, drittens vorliegen eines wichtigen Grundes. Fangen wir also mit der ersten Voraussetzung an, der ordnungsgemäßen Erklärung der außerordentlichen Kündigung. Für deren Wirksamkeit kommt es auch hier auf Vorschriften aus dem allgemeinen Teil des BGB an. Gemäß § 623 BGB muss wie schon die ordentliche Kündigung schriftlich erklärt werden. Weiter geht's mit der rechtzeitigen Klageerhebung. Aus § 13 Absatz 1 Satz 2 Kasch G ergibt sich, dass gegen die außerordentliche Kündigung ebenfalls rechtzeitige Kündigungsschutzklage nach § 4 Satz 1 7 Halbs Satz 1 Kasch G erhoben werden muss, weil sonst deren Wirksamkeit fingiert wird. Zum Umfang der Fiktion gilt das gleiche wie bei der ordentlichen Kündigung. Grundsätzlich können alle Wirksamkeitsgründe fingiert werden. Ausgenommen sind Voraussetzungen, welche die wirksame Erklärung betreffen und nicht an den Inhalt der Kündigung anknüpfen. Wiederholungsfrage. Muss die Kündigungsschutzklage nur erhoben werden, wenn der Anwendungsbereich des Kasch G eröffnet ist? Nein. Aus § 13 Absatz 1 Satz 2 Kasch G ergibt sich, dass die Vorschriften über die Kündigungsschutzklage immer anwendbar sind. Weiter zur nächsten Voraussetzung. Der Prüfungsschwerpunkt wird bei der außerordentlichen Kündigung regelmäßig beim Erfordernis eines wichtigen Grundes liegen. Es bietet sich an, die Prüfung hier in drei Schritte aufzuteilen. Frist, Grund und Interessenabwägung. Auch wenn die außerordentliche Kündigung zu einer fristlosen Beendigung des Arbeitsverhältnisses führt, ist sie doch in gewisser Hinsicht fristgebunden. Aus § 626 Absatz 2 BGB ergibt sich nämlich, dass der Arbeitgeber nach Kenntnis vom Kündigungsgrund nur eine Frist von zwei Wochen hat, um die außerordentliche Kündigung zu erklären. Sie kann also nicht auf Umstände gestützt werden, die länger in der Vergangenheit liegen. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Die außerordentliche Kündigung soll nur dann eingesetzt werden, wenn dem Arbeitgeber die ordentliche Kündigung mit einer Kündigungsfrist nicht zumutbar ist. Wenn er die Sache aber mehrere Wochen oder noch länger liegen lässt, kann es so dringend nicht sein. Wenn die Kündigungserklärungsfrist eingehalten worden ist, prüfen wir weiter. Erforderlich ist ein an sich geeigneter Kündigungsgrund. Hier treffen wir alte Bekannte wieder. In Betracht kommen personenbedingte, verhaltensbedingte und betriebsbedingte Kündigungsgründe. Personenbedingte Gründe sind auch hier Umstände, die nicht durch ein steuerbares Verhalten des Arbeitnehmers verursacht worden sind. In Betracht kommt bei einer außerordentlichen Kündigung zum Beispiel der Antritt einer längeren Haftstrafe durch den Arbeitnehmer. In der Klausur bietet es sich an, auf der ersten Stufe des grundsätzlich geeigneten Kündigungsgrundes noch großzügig zu sein, bei der Interessenabwägung dann aber den strengen Maßstab für die außerordentliche Kündigung anzulegen. Die betriebsbedingte Kündigung wird selten außerordentlich erklärt. Sie kommt etwa in Betracht, wenn die ordentliche Kündigung aufgrund einer Befristung oder aufgrund eines Tarifvertrags ausgeschlossen ist. Das dürfte aber kaum prüfungsrelevant sein. Sehr prüfungsrelevant sind dagegen, wie schon bei der ordentlichen Kündigung, verhaltensbedingte Kündigungsgründe. Hier geht es um Pflichtverletzungen durch den Arbeitnehmer und zwar vor allem um Schutzpflichtverletzungen, die das Vertrauen des Arbeitgebers in den Arbeitnehmer erschüttern. Insbesondere sind Straftaten zu Lasten des Arbeitgebers davon erfasst. Teilweise wird die sogenannte echte Druckkündigung, die 2017 im Hamburger Examen abgeprüft wurde, als Unterfall der außerordentlichen Kündigung aufgefasst. Man kann sie aber auch als Sonderfall mit eigenem Prüfungsschema verstehen. So oder so, wir behandeln sie der Vollständigkeit halber an dieser Stelle. Was für ein Szenario könnte sich hinter dem Begriff der Druckkündigung verstecken? Eine echte Druckkündigung kann ausgesprochen werden, wenn der Arbeitgeber durch Dritte unter Druck gesetzt wird, einen bestimmten Arbeitnehmer zu entlassen, obwohl der Arbeitnehmer selbst keinen Kündigungsgrund erfüllt. Denkbar ist etwa, dass andernfalls ein Kunde mit dem Abbruch der Geschäftsbeziehungen droht oder ein Sponsor die Finanzierung einstellt. Es hilft hier zu wissen, dass eine Druckkündigung grundsätzlich ein geeigneter Kündigungsgrund sein kann. Es müssen aber auf der Ebene der Interessenabwägung hohe Anforderungen erfüllt werden. Insbesondere muss sich der Arbeitgeber zunächst schützend für seinen Mitarbeiter stellen. Insgesamt gilt, je spezieller das abgeprüfte Thema, desto weniger müssen sie darüber wissen. Man kann eine Druckkündigung in der Klausur auch dann gut bewältigen, wenn man sich an das bewährte, in diesem Video behandelte Prüfungsprogramm hält. Nun weiter im Schema der außerordentlichen Kündigung und weiter zum nächsten Prüfungspunkt, der Interessenabwägung. Manchmal wird dieser Punkt auch Übermaßverbot genannt. Obgleich sich die Differenzierung zwischen an sich geeignetem Kündigungsgrund und Interessenabwägung nicht unmittelbar aus dem Gesetz ergibt, rate ich dazu, sie einzuhalten, denn so prüft das BAG. Auch bei der Interessenabwägung treffen wir alte Freunde wieder. Perpi kehrt zurück. Auch hier können also das Prognoseprinzip, das Ultima Ratio Prinzip und die Interessenabwägung im engeren Sinne die Prüfung strukturieren. Klar sein sollte bei der Interessenabwägung. Eine außerordentliche Kündigung hat noch strengere Voraussetzungen als die soziale Rechtfertigung einer ordentlichen Kündigung. Der Kündigungsgrund muss sich in jedem Fall signifikant auf die Zukunft auswirken. Das sagt das Prognoseprinzip. Der Arbeitgeber muss wegen des Ultima Ratio Prinzips alle milderen Mittel ausschöpfen. Eine vorherige Abmahnung ist nur in wirklich krassen Fällen entbehrlich. Im Rahmen der Interessenabwägung im engeren Sinne ist dann alles das aufzugreifen, was im Sachverhalt angelegt ist. Hier kommen dieselben Erwägungen ins Spiel wie bei der verhaltensbedingten ordentlichen Kündigung, die wir uns im letzten Video angeschaut haben. Achten Sie bitte auch hier darauf, zuerst einen Maßstab für die Interessenabwägung zu bilden, bevor Sie subsumieren. Wenn Sie anhand von Pörpi und mithilfe des Wortlauts von 626 Absatz 1 BGB methodengerecht Kriterien für die Abwägung herleiten, sind auch etwas exotischere Sachverhalte leicht zu bewältigen. Damit sind wir durch mit den wesentlichen Voraussetzungen der außerordentlichen Kündigung. Hinweisen möchte ich aber noch darauf, dass es Spezialgesetze gibt, die auch die außerordentliche Kündigung einschränken. Hier gibt es aber einen schwächeren Schutz als bei der ordentlichen Kündigung. Der Sachverhalt würde Sie sicher darauf stoßen und Sondergesetze wären abgedruckt, wenn Sie sie ansprechen müssen. Somit fehlt nur noch die Zusammenfassung. Die außerordentliche Kündigung setzt erstens eine ordnungsgemäße Kündigungserklärung voraus. Hier gilt alles, was wir schon bei der ordentlichen Kündigung besprochen haben. Zweitens kann man sich gemäß § 13 Absatz 1 Satz 2 KHG nur gegen die außerordentliche Kündigung wehren, wenn man fristgemäß Kündigungsschutzklage erhoben hat. Andernfalls wird die Wirksamkeit der außerordentlichen Kündigung fingiert. Der Schwerpunkt der Prüfung liegt dann auf dem dritten Erfordernis eines wichtigen Grundes. Hier sollten Sie differenzieren zwischen Kündigungserklärungsfrist. Hat der Arbeitgeber schnell genug auf den angeführten Kündigungsgrund reagiert? Wichtigem Grund ist der angeführte Kündigungsgrund überhaupt tauglich? Und Interessenabwägung ist der Kündigungsgrund auch im Einzelfall geeignet, die Kündigung zu rechtfertigen. Letztere läuft dann nach dem bekannten Perpi-Schema, Prognoseprinzip, Ultima-Ratio-Prinzip, Interessenabwägung. Man kann also festhalten, § 1 Kasch g ist auf die außerordentliche Kündigung nicht anwendbar, sondern § 626 BGB. Die Prüfung läuft im letzten Teil aber sehr ähnlich ab, nur eben mit strengerem Maßstab, weil die Auswirkungen für die Arbeitnehmer schwerwiegender sind. So, das soll es zur außerordentlichen Kündigung gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.